Im russisch besetzten Teil der Ukraine ist ein Staudamm gebrochen. Noch ist unklar, was genau die Ursache ist. Waren es ältere Schäden am Damm oder ein gezielter Sabotageakt? Ukrainer und Russen beschuldigen sich gegenseitig. Angriff Russlands auf den Kachowka-Stausee ist weiteres unvorstellbar grauenhaftes Kriegsverbrechen. Die Zerstörung des Kachowka-Damms ist ein weiteres Kriegsverbrechen. Russland will Infrastruktur, Kultur und Natur zerstören. Für diese Umweltkatastrophe gibt es nur einen Verantwortlichen, der verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ukrainer und Russen beschuldigen sich gegenseitig. Es passt in die Art und Weise, wie erbarmungslos Russland den Krieg führt und reizt sich in die Art und Weise, sich in die vielen Verbrechen in der Ukraine ein.